Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Mittwoch, den 1. September um 11.45 Uhr. Heute möchte ich mit Ihnen keine Unternehmensnachrichten beleuchten, keine unternehmerischen Entscheidungen besehen. Das haben wir gestern gemacht, das haben wir in den letzten Tagen gemacht. Heute mehr ein Ticker zur generellen Lage. Ich hatte Ihnen gestern an dieser Stelle dargelegt, dass es in diesem Markt sehr gute Chancen gibt, wenn man auf die Ausgangslage schaut, dass sich die Wirtschaft in den USA etwas verlangsamen wird und dass es da bezüglich größere Ängste gibt. Ich hatte Ihnen da genannt, dass man auf Gold setzen könnte, dass man darauf setzen könnte, dass der Ölpreis weiter sinkt. Das ist auch weiter passiert gestern. Oder dass der Schweizer Franken an Wert gewinnt, weil dies die klassischen Fluchtwährungen sind. Und der Schweizer Franken, der hat sich gegenüber dem Euro und gegenüber den wichtigsten Handelswährungen tatsächlich gestern weiter gesteigert. Das ist auch die Strategie für defensive Anleger in den nächsten zwei bis drei Monaten. Und daran halten wir fest und wir werden das auch im Frankfurter Börsenbrief noch etwas ausführlicher beleuchten. Wir sind ja im Frankfurter Börsenbrief schon beim T-Bond auf der Longseite, beim Franken auf der Longseite und auch beim Gold auf der Longseite. Das Öl hatten wir bisher nur mit Benzin bedient. Wir werden in der nächsten Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs auch ein Crude Oil Short Zertifikat empfehlen. Also ein gehebeltes Produkt. Alle die vorgenannten Produkte liegen ja schon sehr gut im Plus mit um die 40 Prozent. Einige sogar haben sich schon verdoppelt. Diese defensive Strategie, die bleibt. Wer aber sagt, ich möchte auch ein bisschen mehr Risiko gehen, ich möchte auch die eine oder andere Chance nutzen, für den würden wir auch empfehlen, jetzt kurzfristig, ich betone kurzfristig und das betrifft einen Zeitraum von ungefähr zwei Wochen, auch im DAX mal wieder auf die Longseite zu gehen. Das hört sich zunächst mal sehr merkwürdig an, denn die Stimmung ist ja nach wie vor sehr sehr schlecht. Das liegt natürlich daran, dass die jüngsten Konjunkturzahlen mehrheitlich negativ aufgenommen wurden, kamen gute Konjunkturzahlen, wurde das nicht honoriert. Schlechte Konjunkturzahlen hingegen führten zu sofortigen Abschlägen. Das bedeutet allerdings, dass die Abschwächung in den USA und wahrscheinlich auch in China schon weitgehend eingepreist ist und dass deswegen kein großer Verkaufsdruck zu erwarten ist und wenn die Stimmung erstmal sehr, sehr schlecht ist, dann ist es ein sehr guter Zeitpunkt einzusteigen, denn das heißt ja grundsätzlich billig kaufen und teuer verkaufen und diese Chance für eine deutliche Gegenreaktion, die ist unserer Ansicht nach bei dieser schlechten Stimmung im Moment gegeben. Wir waren gestern schon auf Niveaus in der Nähe von 5.800. Im Moment haben wir uns wieder nach oben entwickelt, das lag natürlich vor allem an den USA. Dort war das Verbrauchervertrauen von 51 auf 53 0,5 gestiegen. Das ist natürlich ein Wert, der deutlich über den Erwartungen der Analysten gelegen hat. Wir sehen ihn als nicht so ganz wichtig an, weil in der Vergangenheit sich der Zusammenhang, die Korrelation zwischen Verbrauchervertrauen und den Einzelhandelsumsätzen als nicht besonders fest erwiesen hat. Das eine sind hier Umfragen und das andere sind tatsächlich harte Umsätze. Ein Indikator, der aus unserer Sicht häufig deutlich überschätzt wird, aber für die Börse doch eine klare Bedeutung hat, indem er jetzt wieder neues Vertrauen stiften kann. Und gestern haben wir zum ersten Mal die Situation gehabt, dass ein positiver Indikator auch positiv aufgenommen wurde. Und das ist für uns ein Zeichen, ein Signal, dass man jetzt mal für zwei Wochen auch auf die Longseite gehen kann. Und gleichzeitig hatten wir ja auch in China ein positives Signal. Das verarbeitende Gewerbe, der Index dafür ist auf 51,2 gestiegen. Das ist insofern relevant, weil auch für China ja große Ängste bestanden haben, dass sich hier die Abkühlung weiter beschleunigt, fortsetzen wird. Und jetzt sehen wir, dass wir da das Tal wahrscheinlich schon durchstritten haben. Wobei bei Tal ist natürlich in Anführungszeichen zu sehen, bei einem Wachstum von mindestens 9% kann man ja schlecht von einem Tal sprechen. Denn China hat ja Japan als zweitgrößte Wirtschaftsmacht inzwischen abgelöst und ist deswegen nach wie vor ein sehr attraktiver Markt. Wenn wir uns die deutschen Einzelhandelsumsätze ansehen, so haben wir zuletzt ein Minus von 0,3 gegenüber Juni gesehen. Das ist schon der zweite Monat in Folge. Trotzdem der DAX heute sehr, sehr freundlich. Auch das ein Signal einer Umkehr. Wie gesagt, jetzt werden auch negative Nachrichten nicht mehr so negativ vom Markt aufgefasst. Und deswegen für unsere Begriffe jetzt kurzzeitig für zwei Wochen eine Long-Spekulation im DAX möglich. Wir gehen davon aus, dass sich der DAX in Richtung 6.100 bewegen wird. 6.150, 6.180. Dann werden natürlich auch die Bullen wieder aufs Parkett treten und sagen, jetzt ist die Krise ausgestanden, jetzt geht es erst richtig los. Und das wird für sie dann natürlich wieder das Signal zum Ausstieg sein für diese Trading Range, die wir im letzten Jahr ja mit 5.300 bis 6.300 definiert hatten. Aber wir werden diese zunächst einmal nicht überschreiten, aber das ist dann für den Oktober zu erwarten. Gold steht auch nach wie vor kurz vor einem Break. Wir gehen davon aus, dass schon in diesem Monat ein Sprung über die 12.64 gelingen wird. Jetzt ist vom Timing das optimal zu sehen. In Indien kaufen die Manufakturen inzwischen Gold im großen Maß und auch die ETFs sind sehr stark auf der Kaufseite. Die zweitgrößte Nachfrage in der Geschichte, zuletzt mit 291 Tonnen. Das macht einen sehr guten Eindruck. Auch alle anderen Indikatoren für das Gold zeigen auf eine Aufwärts-Tendenz. Das heißt, Gold ist jetzt unbedingt zu kaufen. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs hier schon ein gehebeltes Produkt zu unserem ungehebelten Produkt empfohlen. Das heißt, Gold ist sowohl für defensive wie für offensive Anleger jetzt eine attraktive Wahl, gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Das waren die Hinweise für den heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen, einen erfolgreichen Börsenhandelstag. Bis morgen, Ihr Bernhard Klinsing. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020